Zack und da sind wir auch schon wieder zurück, mit dem David und mit dem Daniel. Hallo! Ja, hallo. Hallo, habt ihr mich vermisst? Ganz bestimmt nicht. Auf jeden Fall. Äh! Äh, David, du hast... Ich geh mal hin in das Haul. Ähm, du hast erzählt, dass wir... ...noch, ähm... ...dieses Fichtenholz da sammeln wollen. Wollten. Weil du das doch auch noch brauchst, oder nicht? Antworten, hallo. Ja. Hallo. Ja. Sag mal, hörst du mich? Ja. Ja. Wolltest du nicht auch noch da, dass Fichtenholz sammeln gehen? Ich hab Soundprobleme! Ach, Quatsch. Nein, der hat doch nie Soundprobleme. Nur gerade eben vor der Aufnahme ist sein Mikro abgeschmiert. Ja, die hat sein ganzer... Die hat sein ganzer Computer abgeschmiert. Ja. Was hat der eigentlich für einen? Keine Ahnung. Irgend so ein uraltes Schrottteil. Cool. Windows 98? Nee. Schade, dass der Stein nicht dabei ist. Ja, das find ich immer schade eigentlich. Aber der kann ja leider nicht. Tja. Jetzt nicht gleich mal hingemacht. Achso, ich muss mal Holzfällen gehen. Wohl besser pennen gehen, aber... So ein Spackenhirn. So ein Spackenhirn. So, Dani, komm, wir gehen mal pennen. Alter, jetzt legt er sich in mein Bett, ey. Ich, was? Der hat sich gerade in mein Bett gelegt. Tja, kann passieren, ne? Ich bin drin. Ja, ich... Loll, jetzt hat der aufgelegt, oder was? Ah, warte, ich guck mal. Ach, du heilige Scheiße. Ach, wieso bin ich denn jetzt aufgestanden? Macht doch nix. Bringt doch eh nix. Warte, ich guck mal, grad, ähm... Ich glaub, der hat sein Internet schon wieder abgekackt. Alter, leck mich doch am Arsch. Okay, dann machen wir einfach jetzt mal weiter, solange der jetzt on the flyer ist. Können zwar nicht pennen gehen, aber das ist mir jetzt auch wurscht. Geh ich halt einfach in den Nachtbäume fällen. Das stört mich jetzt auch nicht. Ich werd den David gleich dissen. Left the game. Kann passieren. Und der hat einen neuen Router bekommen. Ich merke. Oh, fucking Skelett. Spielst du eigentlich mit der Maus jetzt? Ja. Warum? Nur so als Frage. Lalalalalalalala. Hör auf zu singen. Das schädigt meine Nerven. Ich kann euch wirklich nicht sagen, was da los ist bei mir. Ah, da... Doch, ich kann es dir sagen. Dein neuer Router. Wir haben keinen neuen Router. Der geht bei uns nicht. Hä? Wer hat denn dann erzählt, hat mit dem neuen Router... Ich hab dir das schon erzählt. Aber ich hab nur gesehen, wie der Router bei uns auf dem Tisch lag. Aber anscheinend haben wir den schon vor Jahren mal bekommen. Aber der ging bei uns noch nie. Aber weil wir so Internetprobleme haben, wollte mein Vater das nochmal mit ihm versuchen. Und wenn das mit Skype jetzt diesmal nicht klappt, dann kommuniziere ich während dieser Scheißaufnahme einfach nur noch damit, dass ich ihn in den Chat schreibe und zwar irgendwelche Beleidigungen über euch. Oh ja. Ruhig, David. Ich geb dir gleich so. Ich komm jetzt nach Hause und zünd dich an. Ja? Das find ich jetzt witzig. Ich weiß, wo der Jonas wohnt. Ich weiß, wo der in dein Bett schläft. Ich hab grad in dein Bett gelegen. Ich weiß. Ja, du hast mal Wittling. Das war Wittling. Das war Wittling. Wow, wow, wow. Was darauf gewartet, dass die Jonas kommt, oder? Das ist... Ja, genau. Ich hab sehnsüchtig gewartet. Dem ich schreibe. Oh, Alter, leck mich doch fett. Ich hab's. Nee, lieber nicht. Nee, weil... Ich meinte den Zombie. Ist wahrscheinlich. Alter, ist halt so verschämt. Ich töte ins Gerät und er gibt mir nix. So war das aber auch, ey. Ja. Ey, David kiffed the game. Joint the game. Joint. Ich jointe... Ich joine nur, ey. Ich weiß, dass du joinst, du alter Massenraucher. Ja, ja, natürlich. Jonas, da ist eine Spinde über deinem Haus. Ach, jetzt ist er drin. Das macht mir nix. Die kriegt gleich der David voll in die Fresse. Minecraft has crashed. Geil. Was? Oh, Alter. Wie geil. Was ist denn heute mit meinem Computer los? Der freut sich, wenn wir ne Aufnahme machen. Der freut sich, der Computer... Der wird... Äh, Daniel, achso. Ich werde diesen Computer höchstpersönlich auf den Müll werfen. Moment, fangst, Arne. Oh, schön. Du kannst ihn ja benutzen, um einen eigenen Server zu machen oder sowas. Das schafft der. Wie macht man das eigentlich? Ja, komm. Jonas, wie macht man das eigentlich? Gibt's verschiedene Möglichkeiten. Entweder... Du musst hier natürlich einen Server runterladen. Entweder ein Bucket oder halt einer von Minecraft.net. Und dann musst du noch irgendwie gucken, dass die Leute darauf zugreifen können. Nee, sonst würde ich meinen... Ich weiß nicht. Geht ja... Haben wir ja sonst immer mit Hamachi gemacht. Der Jonas lässt den Server von seinen zahlreichen Assistenten... Oh, leck mich fett. Oh, leck mich fett. Oh, lieber nicht. Oh, ich mein doch gar nicht dich. Dich will doch eh keiner lecken. Auch wenn das jetzt irgendwie eine Beleidigung und zugleich... Einen. Ey, der Apfel gehört mir. Oh, nein. Ach, da kommt ja ein Zombie. Alter, wie viele Bäume pflanzen du hier nebeneinander? Ich weiß es nicht. Du musst ihn in größerem Abstand pflanzen. Und wenn ich das nicht tue... Dann wachsen die nicht vernünftig. Glaube ich. Ja, und vielleicht... Die Setzlinge sind ja vielleicht nur Dekoration. Ja. Naja, das könnte natürlich auch sein. Oh, nein. Ich würde ein Blümchen zusammen mit dem Spohle Setzlinge. Fuck. Scheißen, Dreck. Was ist denn hier unten? Alter. Oh, schön, dass der Creeper hier explodiert ist. Der hat mit glatten Eingang zur Höhle freigesprengt. Finde ich gut. Ich steck gerade in deinem Haus. Ich geh jetzt mal an deine Kiste, Jonas. Ja, von euch braucht noch mal Redstone. Ich? Willst du Redstone? Ja. Was kriege ich dafür? Keine Ahnung, gar nichts. Ne, war ein Scherz. Muss ich erst mal gucken. Ich bin jetzt gerade... Zehn Eis... Alter, wie... Wie viel Eisen hast du? Ich will auch Eisen. Ich? Jonas, warum hast du so viel Eisen? Weil ich gefarmt hab die ganze Zeit. Ich dachte, du hättest jetzt mehr Eisen als ich. Wird es jetzt? Hast du schon wieder Probleme? Oh, ich hab nur noch drei Eisen. Löcher nicht. Drei Eisen. Ja, ich hab schon wieder... Und zwei Gold. Oha. Ich glaub... Ja gut, der Dani kam ja auch später. Sagen wir mal so. Ja, gell. Ha, ein bisschen getrost. Ein bisschen Kohle. Ich hab von Kohle... Jonas? Jonas? Jonas, wenn ich gleich... Was heißt gleich? Wenn ich gleich aus irgendeinem Grund wieder weg bin, ja? Ja, was fast schon der Fall ist. Dann kommuniziere ich einfach nur noch über den Chat. Dann kannst du als Server, als Videoüberschrift nehmen. Kommunikation. Ja, kann ich auf jeden Fall machen. Ne, versuch, dass du irgendwie so lange wie möglich im Gespräch bleibst. Sagen wir mal, das machst du dann im Notfall. Oh, Leute, ich hab ne Mine gefunden. Okay, da muss ich... Ich hör'n Slime. Slimy. Warum dat denn jetzt? Ich hör'n Slimey. Weil mein... Weil ich euch auch je... Alle... Bei jedem sechsten Wort hat gesagt, hör' ich euch wieder nett. Cool. Dein, äh... Mikro... Es wird ein bisschen schlechter, aber... Ist ja auch egal. Sag... Sag einfach... Oh, no! Nein, 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 nein. Alter. Fuck, 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 fuck. Was ist denn mit dir los? Ich hab' jetzt nicht aufgepasst. Alter, 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 Alter. Dam, 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 dam. David, kannst du uns eigentlich... Kannst du uns überhaupt noch hören? Dam, 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 dam. David. David. Ah? Kannst du uns noch hören? Oh, fuck. Ah, war noch genug dabei. Ey, Jonas, da steht voll der fette Zombie auf deiner... Auf deinem Dach da oder was da ist. Das ist mir egal. Zombie...